Ich war sehr frustriert mit mir, dass ich das nicht hinkriege, diese 10 Gebote zu halten. Es hat mich immer wieder mit meinem Versagen konfrontiert. Super frustrierend. Ich dachte, irgendwann kriegt Gott sowieso die Krise. Ich war hin und her gerissen zwischen einer tiefen Verzweiflung übers Leben und aber auch einer großen Angst vorm Sterben. Und irgendwann habe ich gemerkt, Gott denkt über mich viel besser als ich. Also ich dachte, Gott gibt Regeln und die muss man einhalten und wenn man die gut einhält, dann liebt er einen. Und als ich dann Christen kennengelernt habe, die mir dann erzählt haben von dem liebenden Gott und Jesus ist von meinen Sünden gestorben, da dachte ich, ja, das will ich und jetzt beweise ich ihm auch, dass ich es wert bin. Und habe dann wirklich alles dran gesetzt, ein Leben zu leben, das die Regeln einhält. Diesem Bild zu entsprechen, das ich hatte, was ich dachte, was man als Christ haben muss. Und was mich aber verwundert hat, ist, dass die Christen immer gesagt haben, Jesus macht dich frei. Und von dieser Freiheit habe ich nichts gespürt. Also ich habe mich immer und immer wieder bekehrt und habe diese Freiheit nicht erlebt. Ich fand es super anstrengend. Ich war sehr frustriert mit mir, dass ich das nicht hinkriege, diese zehn Gebote zu halten. Wobei ich jetzt sicherlich nicht alle gebrochen hätte, aber schon allein Lügen war ein Thema. Und ich war so frustriert oder Vater und Mutter ehren mit 14. Da gab es halt oft einfach auch mal Streit zu Hause. Und das hat mich total runtergezogen, weil ich immer dachte, wieso kriege ich das nicht hin? Wieso kann ich nicht diese paar Gebote halten? Hört sich danach an, hier war der Anspruch und da war Andrea. Ja, höchstens, ja. Wie würdest du denn dein Bild von dir selbst in dieser Zeit beschreiben? Einfach nie genug. Einfach immer zu laut, zu wild, zu undiszipliniert und nie ruhig genug, freundlich genug. Diszipliniert genug. Ja, weiß nicht. Irgendwie immer zu viel oder nicht genug. Fallen dir Situationen ein, die dieses Bild von dir selbst irgendwie gefüttert haben? Also ich war damals schon, ähm, ich war damals schon schockisüchtig. Also ich hab, ich hab Trost gesucht im Essen. Ich hab irgendwie, ähm, ich hab einfach, ja, irgendwie Trost gesucht in etwas, was mir schmeckt, indem ich Schokolade gegessen hab, viel mehr als gut für mich war. Und ich mein jetzt vier, fünf, sechshundert Gramm Schokolade am Tag. Aber das war nicht die Menge des Problems. Das Problem war eigentlich diese, diese Sucht danach, ne? Und dann hab ich mich diszipliniert. Dann hab ich versucht, mir Regeln aufzustellen, wie ich jetzt diese Sucht in den Griff krieg. Weil ich gemerkt hab, die hält mich gefangen. Und dann hab ich zum Beispiel gesagt, ich esse jetzt die ganze Woche keine Schokolade. Und am Wochenende ernähre ich mich ausschließlich von Schokolade. Und das hab ich monatelang durchgezogen. Aber ich hab gemerkt, dass die Sucht ist dadurch nicht weg. Und, ähm, das hat mich wirklich, ähm, es hat mich immer wieder mit meinem Versagen konfrontiert. Super frustrierend. Ich dachte, irgendwann kriegt Gott sowieso die Krise. Und denkt, du, mit dir komm auf keinen grünen Zweig. Also ich hab eigentlich immer damit gerechnet, dass er irgendwann nur einfach sagt, gut. Und mit dir macht das keinen Sinn. Jetzt gerade in dieser Phase oder in so einer Sache, was war denn dein Bild von Gott, wie Gott so ist? Ja, ich dachte halt, er, er gibt Regeln. Durchaus aus Liebe, weil er ja weiß, dass wir Regeln, auch gute Regeln auch brauchen, um miteinander zu leben. Aber wehe, wenn man die nicht einhält. Also er sieht das ja alles. Und er guckt genau, dass wir die Regeln einhalten. Und wenn, wenn es dann zu viel wird, dann straft er. Und wendet sich ab. Vor allem, ich glaube, die größte Strafe für mich wäre gewesen dieses, dass er sich von mir abwendet. Trotz allem hattest du ja aber ein relativ stabiles Umfeld, obwohl dein eigenes Bild von dir nicht so gut war. Jetzt frage ich mich, wie rutscht denn jemand dann plötzlich in diese ganze Drogengeschichte? Wie ist das bei dir passiert? Also ich habe damals, ich war Au-pair-Mädchen in der Schweiz, ich wollte Französisch lernen. Ich war dann dort in der Familie, habe auch nebenher noch Tanzunterricht genommen und habe dort einen jungen Mann kennengelernt. Und der sah toll und schnieke aus in seinem Anzug hinter der Rezeption von einem Hotel und bin mit ihm ins Gespräch gekommen und habe eigentlich gedacht, da hätte ich jetzt jemanden gefunden, der zu mir passt. Und was ich, wonach ich mich gesehnt habe, ist vor allem jemand, der mich lieb hat. Und dann sind wir zusammengekommen und dann erst, nachdem ich dann irgendwie ihn näher kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass hinter dem adrett aussehenden, in Anzug dastehenden Mann ein rebellischer, drogensüchtiger junger Mann steckte. Also er trug auch die engen Jeans unter seiner Anzughose. Und ja, und ich habe natürlich am Anfang war ich total schockiert. Ich dachte, wieso machst du das? Das macht dein Leben kaputt, das weiß man doch. Und er hat mich dann aber herausgefordert und hat gesagt, du hast es doch gar nicht probiert. Und ich dachte, ja gut, man muss nicht jeden Unsinn probieren, um zu wissen. Und er hat mich aber dann quasi mit so einem Deal gefangen. Er hat gesagt, pass auf, wir machen das so. Wenn du es probierst und findest es nicht cool, dann höre ich auf. Heute weiß ich, das hätte er nie gemacht. War selber ja schon abhängig. Aber ich habe das dann gedacht, okay, das ist eine gute Idee, das machen wir. Ist ja sowieso, ich weiß ja schon, wie es rauskommt. Und was dann, glaube ich, was mein Verhängnis war, war dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit. Ich war plötzlich Teil einer Gruppe. Ich fühlte mich plötzlich dazugehörig. Also das, was du vorher vermisst hast? Ja. Ja. Ich war plötzlich einfach, ich gehörte dazu. Ich war ein sehr einsamer Teenager gewesen immer. Und jetzt war ich Teil von der Gruppe, ich fand es nicht so cool, was sie machen, aber ich war Teil davon. Und das hat mir total gut getan. Und was auch interessant war, ist, ich hatte nicht erwartet, dass, was heftige Drogen für ein gutes Gefühl in einen machen. Also ich habe immer nur gedacht, wie kann man denn so doof sein? Also ich meine, jeder weiß doch, wo das hinführt. Aber als ich das erste Mal so einen richtigen Drogenrausch hatte, dachte ich, ich verstehe jeden, der das macht. So gut habe ich mich noch nie gefühlt. Es war so ein, ich durfte einfach nur ich sein in dem Moment. Ich habe mich überhaupt nicht gekümmert, was andere jetzt von mir denken. Ich war einfach nur ich. Und das war ein tolles Gefühl. Und das wollte ich. Das wollte ich immer wieder haben. Und dann ging es ganz schnell bergab. Von was für Drogen reden wir denn da? Also eigentlich von allem außer Heroin. Also wir haben mit Ecstasy angefangen. Also ich habe mit Terroin, äh mit Terroin. Ich habe mit Hasch angefangen, aber das hat bei mir außer Kopfschmerzen gar nichts ausgelöst. Zusammengehörigkeitsgefühl. Und dann kamen gerade die Ecstasys frisch auf den Markt. Und bei der ersten Pille war ich abhängig. Und das ist keine körperliche Abhängigkeit, wie man sich das manchmal, oder wie ich mir das so vorgestellt habe. Sondern es war dieses Gefühl. Dieses Gefühl wollte ich. Das man immer wieder haben wollte. Immer wieder haben. Und dann gab es natürlich auch Kokain und die ganzen anderen Sachen. Die kommen Pilze und so ein Kram. Das kommt dann alles mit dazu. Man ist auf Partys. Dann, ach, probier doch mal das und so. Also wir haben nie Heroin gespritzt. Aber wir haben alles mögliche andere missbraucht. Jetzt könnte man denken, auch was du so erzählst. Das hört sich ja ganz gut an. Das hört sich nach einem guten Gefühl an. Aber jetzt hast du eben selber den Satz gesagt. Dann ging es aber auch schnell bergab. Was heißt denn das, es ging bergab? Also diese Drogensucht, die vertuscht ja nur, was an Not eigentlich da ist. Und wenn dann der Rausch vorbei ist, dann kommt das mit aller Wucht zurück. Und dann will man immer öfter das betäuben. Und dann hat es aber auch Folgen aufs Leben. Also man ist, man muss dann mehr Geld verdienen. Man muss gucken, wie kommt man an die Drogen ran. Und man begibt sich in Kreise, in denen man, ja, Dinge tut, die man eigentlich nicht tun will. Und ich, für mich war es ganz schwierig, weil ich wusste ja vom Evangelium. Und mich hat es fast zerrissen. Dieses Wissen, dass ich Dinge tue, die Gott nicht gutheißen würde, aber davon weniger denn je die Hände lassen zu können, hat mich in eine ganz große Not gebracht. Und es hat auch meine Ängste, meine tiefen Ängste, Ablehnung und nicht genug sein, das hat es noch vertieft eigentlich, hat es verstärkt. Und so, dass ich ganz oft eigentlich kurz davor war, mich umzubringen. Aber ich hatte solche Angst vorm Sterben, weil ich ja wusste, ich sterbe unversöhnt mit Gott. Und dann komme ich, ja, nicht in den Himmel. Und das wollte ich nicht. Also ich hatte, ich war hin und her gerissen zwischen einer tiefen Verzweiflung übers Leben und aber auch einer großen Angst vorm Sterben. Und ja, das war, ja, schlimm. Es hört sich jetzt aber nach einer Abwärtsspirale an, die man eigentlich gar nicht mehr aufhalten kann. Wie ist das denn dann passiert, dass du da wieder rausgekommen bist? Ich glaube, der erste Stopp kam mit meiner ungewollten Schwangerschaft. Ich bin damals schwanger geworden. Ich war gerade 19, als ich schwanger wurde. Von diesem Mann? Nee. Okay, das heißt, es ist noch komplizierter. Es ist noch komplizierter, ja. Und diese Schwangerschaft hat mich wachgerüttelt, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich habe Verantwortung. Nicht nur für mein Leben, sondern auch für ein Menschlein. Und bin dann aus der Gegend weggezogen und bin wieder in meine Heimat zurückgezogen und habe quasi dann eigentlich die Finger gelassen von allen Drogen, während ich schwanger war. Und bin aber mit meinem Freund zusammengeblieben. Und es ging so lange gut, bis er dann quasi aus der Schweiz hierher gezogen ist. Und dann fing das ganze Ding wieder von vorne an. Also wieder in die Drogensucht rein? Ja, quasi wieder mehr, ja genau. Weil er kam ja mit dieser ganzen, er wollte eigentlich auch frei werden. Er kam hierher nach Deutschland, weil er dachte, dann werde ich frei und das ist meine Chance, da irgendwie jetzt rauszukommen. Aber man ist ruckzuck in den gleichen Kreisen drin. Und es war nicht mehr so heftig, aber es war immer noch Drogensucht. Und was hat dann endgültig geholfen? Ja, mein Mann hat sich durch Freunde von uns, hat er sich angefangen mit Jesus zu beschäftigen, ist in eine Gemeinde gegangen und hat sich vor meinen Augen verändert. Also das war für mich völlig begeisternd zu sehen, weil er, der viel schlimmer war als ich, ja. Ja, und irgendwie plötzlich, plötzlich in eine Freiheit kam. Ja, er hat mit den Drogen aufgehört. Und er hat angefangen, sich zu entschuldigen für Dinge. Er wurde warmherziger, er wurde, ja, freundlicher. Und das hat mich, also ich konnte ihm das irgendwie abspüren, dass da irgendwas in seinem Leben passiert, was ich auch will. Aber das ist doch komisch, du hast das doch auch schon mal probiert, die Sache mit dem Glauben. Und bei dir hat das doch jetzt überhaupt nicht funktioniert. Nein, und ich wollte auch auf gar keinen Fall zurück in diesen Stress. Ja. Ja, also meine größte Sorge und meine größte Angst, als er angefangen hat, sich mit der Bibel und mit Jesus zu beschäftigen, dachte ich, oh, geh mir bloß weg, ich will nicht mehr in diesen Stress, ich schaffe das ja doch nicht. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich halte diese Gebote nicht. Ja, ich, da bin ich die falsche Person, ich kriege das nicht hin. Und es war total schön, weil mein Mann, der hat dann eben angefangen, in der Bibel zu lesen, ihm war das völlig egal, was ich dachte. Und ich weiß noch, er saß da auf seinem Bett und hat dann gesagt, du, ich habe da gerade was gelesen, da steht, wir müssen gar keine Gebote halten, wir kriegen alles geschenkt. Und ich dachte, Quatsch, was liest denn du da? Da steht hier Römerbrief. Und ich so, Quatsch, das kann überhaupt nicht sein, ja, das wäre ja noch schöner. Da hättest du mal damals mit dem Tobias als Zeuge Jehovas darüber diskutieren müssen. Ja, und dann habe ich aber, als er weg war, habe ich dann heimlich mal meine Bibel rausgekramt, die war im Keller irgendwo versteckt. Und habe das nachgelesen. Und ich dachte, warte mal, das steht da wirklich. Also da steht, Gott weiß, dass wir es nicht schaffen. Und deswegen musste Jesus sterben. Nicht andersrum, nicht ich muss es ihm beweisen, weil er für mich gestorben ist. Sondern er ist gestorben, weil ich ihm nichts beweisen muss. Und dann habe ich gedacht, das würde ja heißen, ich könnte immer noch Vergebung bekommen. Obwohl so viel mehr Mist in meinem Leben gelaufen ist. Ich kriege das geschenkt, Vergebung geschenkt, weil einer bezahlt hat für mich. Ich weiß noch, wie ich gedacht habe, wenn das stimmt, das ist echt gute Botschaft. Das müsst ihr ja vorher auch schon gelesen haben, oder? Nein, ich glaube, das mit der Gnade habe ich nie verstanden. Also drüber gelesen sozusagen. Ich weiß es nicht. Ich habe das mit der Gnade nicht gecheckt. Wirklich nicht. Ich hatte keine Ahnung, was Gnade ist. Und das war der Knackpunkt, die Gnade zu verstehen. Ich habe sie zuerst an meinem Mann gesehen, weil er hat es einfach angenommen und einfach gelebt. Und er lebt. Und dann habe ich damals auch irgendwann, also Gott hat ziemlich mit mir rumdiskutieren müssen. Aber er hat mein Herz gewonnen und hat gesagt, hey, meine Arme sind offen. Wovor hast du Angst? Lass los, ich vertraue mir. Wie hat das denn dein Bild von dir selbst verändert, dieses neue Denken über den Glauben? Das Bild über mich selber hat sich, glaube ich, viel langsamer verändert, als ich das jetzt erwartet hätte. Aber was ganz sicher ein ganz großer Punkt war, ist die Gemeinschaft mit anderen Christen und die Bibel. Also ich habe einfach mich auf dieses Buch gestürzt und habe, ich wollte diesen Gott kennenlernen. Ich wollte diese Botschaft verstehen. Ich wollte, ja, ich wollte hören, wie Gott ist, wie er tickt, was ihm wichtig ist. Und was ich dort gelesen habe, hat einfach beständig dieses alte Bild von mir herausgefordert. Und irgendwann habe ich gemerkt, Gott denkt über mich viel besser als ich. Ich weiß zum Beispiel, eine Sache war, ich wollte immer Gott hören. Ich wollte, ich habe immer Christen gehört, die sagen, Gott redet mit mir. Ich dachte, wie ist das denn, wenn er mit mir redet? Und ich wollte so gerne auch ihn reden hören. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich höre ihn nicht, weil er anders redet, als ich erwarte. Also ich bin in ein Gespräch rein, irgendeine Situation, und ich habe gedacht, er rollt mit den Augen, er gibt mir einen Rüffel, er sagt, boah, Andrea, du schon wieder. Aber so redet Gott gar nicht mit mir. Ich habe ihn nicht verstanden, weil er sagt, ich sehe dich. Ich verstehe dich. Ich habe dich lieb. Bring mir das doch. Nimm mich mit rein. Lass dir helfen. Und das war so eine Entdeckung, festzustellen, Gott hat, der mag mich wirklich. Und das kam aber wirklich über viele, viele Jahre und viele Schritte, die ich auch einfach dann gegangen bin über die Jahre, wo Gott mich herausgefordert hat, vertraue mir hier, vertraue mir da. Das waren dann die Punkte, die tatsächlich mein Bild von mir selber verändert haben. Wie findet denn die Andrea, die jetzt hier am Tisch sitzt, Andrea? Wie denkst du jetzt über dich selbst? Wie ich heute über mich denke, ich weiß, ich bin geliebt, wie ich bin. Gerade auch mit den Punkten, die ich oft abgelehnt habe an mir. Da hat sich Gott echt was bei gedacht. Ich bin super dankbar. Ich bin heute Mitte 50 und denke, mein Leben ist so reich. Und ich freue mich daran, dass Menschen offensichtlich mich auch mögen. Und ich glaube wirklich, so dieses zur Ruhe gekommen zu sein über mir selber, mich zu freuen daran, dass Gott mich gemacht hat, wie er mich gemacht hat, mit einem Ziel, mit einer Absicht, das schenkt mir so viel Freiheit, auch zu sein, wie ich bin. Mich nicht immer verstecken zu müssen, nicht immer zu denken, nur wenn ich so wäre, dann wäre ich geliebt. Sondern zu sagen oder zu erleben, nee, so wie ich bin, bin ich geliebt. Das ist Freiheit, ja. Fühlst du dich trotzdem manchmal noch falsch? Gibt es so Situationen? Ich merke, dass diese alten Muster oder diese alte Lüge manchmal so anklopft in Situationen. Und dass ich, aber ich erkenne sie mittlerweile gleich. Ja. Nee, also grundsätzlich nicht mehr. Ich finde, du bist ein Mensch, der es einem leicht macht, ihn zu mögen. Ich finde, dass du da bist. Ich kriege voll Gänsehaut. Schön. Schön. See you. Vielen Dank.